Die fabelhafte Welt der Amelie ist total fabelhaft. Ich stehe jetzt hier gerade im Café von Amelie. Also es ist sehr bunt. Ich finde sowieso, dass der Film sehr musikstark ist. Insofern ist es natürlich kongenial, daraus ein Musical zu machen und ich bin sehr begeistert. Ich sitze ja vorne an einem der Bistro-Tische. So nah war ich noch nie in einem Musical drin. Hin und wieder wird einem auch was auf den Tisch abgestellt. Also man ist mittendrin statt nur dabei.